Es gibt immer mehr Falschmeldungen. Wir müssen nicht nach Russland schauen. Die meisten Fake News werden in Deutschland produziert, von Medien wie von Politikern. Die meisten Fake News werden in Deutschland produziert? Das ist ja ein Mann. Woher weiß der Innenminister das? Seine Sprecherin klärt auf. Das beruhte nicht auf empirischen Aussagen, sondern aus der persönlichen Erfahrung der vergangenen Woche. Aus der persönlichen Erfahrung der vergangenen Woche leitet ein deutscher Spitzenpolitiker den Satz ab, die meisten Fake News werden in Deutschland produziert. Das ist übrigens tatsächlich eine Fake News. Es gibt Wissenschaftler, die sich mit so etwas beschäftigen. Die sagen das Gegenteil. Aber Wissenschaft, was ist die schon? Gegen die persönliche Erfahrung der vergangenen Woche. Aber es gibt auch noch Politiker, die ungeschönt die Wahrheit sprechen. Hören wir Herrn Gauland. Und es lohnt sich, ihm genau zuzuhören. Denn er sagt etwas Interessantes. Wenn Frau Merkel plötzlich weg ist, könnten natürlich auch Wähler auf die Idee kommen, mal zu überlegen, na ja, wollen wir mal gucken, was der Neue oder die Neue macht. Hier wissen Sie, Frau Merkel sagt es ja auch ganz offen, ich will offene Grenzen und ich will meine Flüchtlingspolitik nicht ändern. Deswegen ist Frau Merkel, solange sie da ist, ist für uns geradezu eine Lebensversicherung. Das ist richtig. Ja, Frau Merkel hat ihre Flüchtlingspolitik natürlich längst geändert. Aber davon mal abgesehen. Wichtig ist was anderes. Herr Gauland sagt, Merkel muss also bleiben, damit AfD-Wähler weiterhin Merkel muss weg skandieren können. Und das sagt er einfach so. Warum? Möglicherweise hasst der Gauland die Kanzlerin so sehr, dass er gnadenlos strategisch denkt. Wenn ich Gauland nur offen genug bekenne, dass die Union ohne die Umvolkungshexe wieder Chancen gegen die AfD hätte, dann werden sich die CDUler von selbst gegen die Kanzlerin wenden. Also die Abschaffung der Kanzlerin durch den Fraktionschef der AfD. Und wenn das auf Kosten der AfD geht, wurscht. Verrückte Zeiten. Verrückte. Dranen. Verrückte Jane Zresch.